Horrortag für Wladimir Putins Regime in Russland. Zum ersten Mal in 2024 haben pro-ukrainische Anti-Putin-Rebellen heute russische Grenzbereiche angegriffen, sind dort auf dem Vormarsch nach eigenen Angaben und haben Grenzdörfer besetzt. Parallel dazu massive ukrainische Angriffe auf zahlreiche Städte im ganzen Land, östlich von Moskau, St. Petersburg, im Süden des Landes, überall schlagen Drohnen ein und setzen kritische Infrastrukturen Russlands in Brand. Wir wollen uns die Lage ansehen und wollen die Offensive der Putin-Rebellen einmal uns aus der Nähe betrachten. Angefangen hat das Ganze heute Morgen mit Bildern hier in Oriol beispielsweise. Oriol, ein Gebiet in der Nähe noch der Ukraine. Das heißt, einige Dutzend Kilometer bloß hinter der Grenze. Dort sind Tanklager der russischen, von Luke Oil und anderen Unternehmen in Flammen aufgegangen. Auch in Kostowu, das ist wesentlich weiter entfernt, hinter Moskau, 800 Kilometer von der Ukraine entfernt, sind heute Morgen in petrochemischen Anlagen Drohnen eingeschlagen der Ukraine und haben dort eben zu großen Feuern geführt. Wir sehen hier eine der wichtigsten Luke Oil-Anlagen im ganzen Land, die jetzt hier brennt und die auch seit dem Morgen brennt. Das heißt, wir haben massive Angriffe ukrainischer Drohnen. Und nicht bloß in Oriol in der Nähe der Ukraine und in Kostowu, weit hinter Moskau, sondern auch im Norden des Landes, in Sankt Petersburg, brennen heute Treibstoffdepots. Wir schauen uns diese Bilder auch einmal an aus Sankt Petersburg vom Vormittag. Hier sehen wir Autofahrer, die eben diese mächtigen Feuer eben in der Stadt, wir sehen auch dahinter die Hochhäuser. Ich hoffe, man erkennt das hier. Das ist also hier schon das Zentrum von Sankt Petersburg direkt dahinter, wie diese Öldepots brennen. Also Dinge, die vor einigen Wochen und Monaten, Aufnahmen hier von russischen Medien, noch undenkbar gewesen wären, sind mittlerweile völlig normal. Die Ukraine schafft es, mit dutzenden Drohnen die russische Flugabwehr zu überwinden und eben im ganzen Land Angriffe zu fahren. Doch das Ganze scheint nur Ablenkungsmanöver gewesen zu sein. Parallel zu dem, was hier passiert ist, haben wir heute Morgen die Situation gehabt, dass wir, wir hören jetzt einfach mal rein und sehen auch diese Panik hier, dass wir in kleinen Dörfern und kleineren Ortenschaften entlang der Grenze im Nordosten der Ukraine oder eben in den Regionen Kursk und Belgorod, so kann man es auch sagen, die Situation hatten, dass hier Anti-Putin-Rebellen sich offenbar in Russland hineinbewegt haben und dass sie dort eben Angriffe gestartet haben. Das hier ist jetzt Lozovaia Rutka. Wir schauen uns das gleich noch auf der Karte an, in der Region Belgorod. Und dort soll dieses Dorf komplett von Anti-Putin-Rebellen übernommen worden sein, die also es geschafft haben, dort die russischen Regimeinheiten, vor allem den FSB, der ja nicht nur inlandsgeheimnis in Russland ist, sondern eben auch die Grenzen verteidigt, überwunden zu haben und dort die Kontrolle übernommen zu haben. Aber nicht nur in Lozovaia Rutka sind sie aktiv, sondern wir schauen uns jetzt Aufnahmen an, die zeigen, dass seit dem frühen Morgen auch in Tjotkino, in einer kleinen Stadt in der Region Kursk, dass dort eben Angriffe verübt wurden durch Anti-Putin-Rebellen. Was wir hier sehen, sind angeblich gepanzerte Fahrzeuge der russischen Grenztruppen, also des FSB, die eben angegriffen wurden von Drohnen. Und das Ganze, jetzt hier mal ganz interessant zu sehen, ist also direkt hinter der russischen Grenze. Das heißt, wir haben hier auf der Seite die Ukraine und auf der Seite hier Russland. Das ist Tjotkino, ein Grenzort in Russland, der eben direkt an der Grenze beginnt, aber dann mehrere Kilometer ins Land geht. Und was wir hier erst mal sehen, sind eben diese Angriffe auf die russischen Grenztruppen am frühen Morgen. Wir sehen das Feuer hier. Wir sehen also, dass dort eben Stützpunkte des FSB angegriffen wurden, angeblich mit Kamikaze drohen. Was wir hier aber sehen, ist ein weiteres Video und das ist aus dem Zentrum von Tjotkino. Das heißt, das ist etwa sechs Kilometer hinter der Grenze passiert. Und auch hier sehen wir, wie eben gepanzerte Fahrzeuge des FSB hier am Morgen angegriffen wurden. Markiert sein soll hier laut Angaben der Anti-Putin-Rebellen eben ein BTR-80. Es könnte aber auch sein, dass es sich um Kettenfahrzeug von Typ BMP-1 oder BMP-2 handelt. Das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, dass dieses Fahrzeug eben im Zentrum von Tjotkino angegriffen wird, ebenfalls von einer Drohne. Hier sehen wir die Explosion, eine relativ kleine Explosion. Nichtsdestotrotz das Ganze von Drohnen überwacht, von Svabodarassi, also von der Legion Freies Russland. Wir schauen uns gleich noch näher an, eine der Rebellengruppen, die hier aktiv ist. Und wenn wir jetzt herauszoomen und die Drohne sich das Ganze von etwas weiter entfernt anguckt, dann sehen wir, dass wir es hier nicht mit sehr kleinen Dörfern zu tun haben, sondern durchaus mit beachtlichen, ja zumindest kleinen Städten. Wir sehen also hier schon mehrgestöckige Häuser und Straßen. Angeblich, so sagen es diese Anti-Putin-Rebellen, seien sie mittlerweile in Kontrolle dieses Dorfes. Das ist eigentlich noch nicht bestätigt. Da gibt es noch keine Aufnahmen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze hat auch immer natürlich einen PR- bzw. Propaganda-Wert. Das heißt, möglich ist, dass heute Morgen diese ganzen Aufnahmen gemacht wurden und dass die jetzt über den Tag veröffentlicht werden, während man eigentlich schon wieder in der sicheren Ukraine ist. Es ist nicht klar. Es ist auch möglich, dass sich das hier, dieses Szenario, wie gesagt ein Horrorszenario für den Kreml, einmal mehr nach dem letzten Jahr schaffen ist, wieder Anti-Putin-Rebellen das Land anzugreifen und grenznahe Städte einzunehmen, dass sich das noch mehrere Tage eben weiter erstreckt. Was wir hier sehen, sind wie gesagt diese Drohnenangriffe, die heute Morgen stattgefunden haben. Aber wir haben es eben schon gesehen, auch Infanteristen sollen es geschafft haben, in Russland einzufallen und eben dort grenznahe Dörfer zu besetzen. Und was wir jetzt gleich sehen, sind Aufnahmen von russischen Anwohnern dort. Und wir sehen einmal hier rein und sehen, dass möglicherweise hier, und das scheint so zu sein, weil wir sehen uns die Flagge da oben an, das ist diese weiß-blaue Fahne, dass möglicherweise am Morgen auch Panzerverbände der Ukraine, beziehungsweise, jetzt können wir es ganz gut sehen, auf dem T-64 hier mit dieser blauen Flagge, mit diesem weißen Kreis in der Mitte, dass also von der Legion Freies Russland oder den sogenannten Sibirien-Bataillon, das ist eine weitere Rebellengruppe, die sich hier heute bekannt hat, dass Panzer aus der Ukraine eben nach Tjotkino reingefahren sind und mittlerweile eben in Russland operieren. Man muss sagen, das Ganze ist schon mal so ähnlich passiert, eben vor etwa einem Jahr. Da war es auch die gleiche Region, das war auch Belgier, das war auch Kosk. Diesmal scheint es wieder so zu sein, dass eben die Anti-Putin-Rebellen eben die Gunst der Stunde nutzen und eben versuchen, diesmal hier vorzudringen. Wir schauen uns ganz kurz ein Video an, was sie heute Morgen veröffentlicht haben. Da sehen wir nämlich nochmal, um was es hier geht. Ganz kurz. So, hier haben wir es jetzt. Jetzt auch was haben. Dass also die Rebellen, die heute Morgen eben pulsiert haben, hier einer ihrer Sprecher, das ist ganz klar, das sind keine Moderaten, keine Liberalen, sondern das sind schon Nationalisten dort, das sind also schon Oppositionelle in Russland, die etwas gegen Putin haben, die ihn über alles hassen, so klar muss man es sagen, aber eben nicht vom Lager der absolut, ja, sage ich mal, liberalen Intellektuellen, sondern das sind eben Ultranationalisten, die auch ein anderes Russland haben wollen, als Putin es derzeit aufbaut. Sie sagen, sie wollen freie Wahlen, sie sagen, niemand soll mehr Angst haben. Allerdings ist das natürlich eine Position, gerade aus der sie sprechen können, in der sie diesen Worten keine Taten folgen lassen müssen, weil sie ja nicht die Macht haben in Russland. Nichtsdestotrotz, diese Einheiten eben, Ultranationalisten vor allem, aber auch andere Exilrussen sind in der Ukraine, werden dort von der Ukraine eben ausgebildet. Man sieht das natürlich an den Waffen, an den Uniformen, an den Panzern, die sie auch sogar bekommen von der Ukraine und versuchen dann eben in grenznahen Gebieten dort, ja, Kommandoaktionen durchzuführen und nach eigenen Angaben eben Befreiungen von Ortschaften von Putins Regime eben durchzuführen. Wir schauen uns jetzt das Ganze auf der Karte an, um zu sehen, jetzt haben wir es. Wir schauen uns das Ganze auf der Karte an, um zu sehen, was wir gerade besprochen haben, nämlich, dass wir es einmal hier mit Schottkino zu tun haben. Das ist eine Region hier, oder beziehungsweise in Kosk, das grenzt also an Sumi. Und wir haben Lozova-Yarutka eben in der Region Belgorod, was an Kharkiv grenzt. Diese beiden Regionen sind also im Ziel der Anti-Putin-Rebellen gefallen oder geraten. Und dort wurden jetzt nach russischen, und zwar Anti-Putin-Angaben, zwei kleine Ortschaften eben bereits, Zitat, befreit von diesen Truppen. Das Ganze also hier in der Nähe der Ukraine. Wir haben aber auch Aufnahmen heute aus Ivanovo. Das ist eine Stadt mit einer Luftwaffenbasis östlich von Moskau. Und diese Aufnahmen, ja, sind ziemlich spektakulär. Und man weiß nicht, ob sie zufällig heute entstanden sind oder ob sie in Zusammenhang stehen mit dem bewaffneten Aufstand eben gegen Putins Regime. Und was wir jetzt sehen, sind Aufnahmen eines Ilyushin-Transportflugzeuges vom Typ IL-76 der russischen Armee. Und dieses Flugzeug ist heute in Ivanovo, östlich von Moskau, zunächst gestartet, jedoch nach einigen Minuten schon wieder abgestürzt. Und wir lassen das erst einmal durchlaufen, um zu sehen, die dramatischen letzten Momente hier. 15 Mann Besatzung waren an Bord. Die sind alle gestorben. Das hat Russland mittlerweile bestätigt. Während wir jetzt hier sehen, dass eben dieses Flugzeug in den Wald bei Ivanovo stürzt, kurz neben der Luftwaffenbasis. Und das Ganze könnte selbstverständlich ein Unfall sein. Das Ganze könnte sein, dass Putins Luftwaffe eben so marode ist, dass an einem solchen Tag, wo der Westen Russlands angegriffen wird, wo die Region Moskau angegriffen wird, wo die Region St. Petersburg angegriffen wird, dass an einem solchen Tag eben rein zufällig noch ein russisches Flugzeug abstürzt aufgrund von Triebwerksproblemen. Allerdings, wenn wir uns diese Triebwerksprobleme einmal ganz genau ansehen, dann gibt es hier einige Szenen, die darauf schließen lassen, dass es sich eben nicht um einen Unfall, sondern um einen Angriff gehandelt haben könnte. Wir sehen, das Flugzeug fliegt weiter in diese Richtung. Wir sehen aber eben ganz genau, dass eines der vier Triebwerke, nämlich das ganz rechte, offenbar Feuer gefangen hat. Wir sehen da das Flammen da rausschlagen und wir sehen auch in einem späteren Video, dass dieses Triebwerk abfällt, bevor die Maschine zu Boden stürzt. Und dass so ein Triebwerk abfällt, das ist extrem selten und extrem unwahrscheinlich. Und insofern wäre es theoretisch möglich, dass hier eine schultergestützte Flugabwehrrakete eingesetzt wurde. Da gibt es zahlreiche russische und sowjetische Modelle, die auch direkt für Rebellen, wenn man so möchte, gemacht wurden. Für die asymmetrische Kriegsführung, für also den Angriff von einer einzelnen Person auf ein größeres Flugzeug. Diese Raketen sind unter anderem die Strela-2, ein sehr altes sowjetisches Modell, oder die Igla, NATO-Name SA-18. Das ist ein sehr modernes Modell. Mit beiden kann man auf jeden Fall in dieser Höhe Flugzeuge abfangen und abschießen, wenn man dann möchte. Die Frage ist natürlich, ob so etwas passiert ist, also ob die Anti-Putin-Rebellen es eben geschafft haben, heute in diese Region zu kommen, überhaupt, östlich von Moskau, und eben dort diesen Angriff auszuüben. Immerhin, eine der beiden Rebellengruppen, die sich zu den Angriffen heute bekannt hat, heißt ja Sibirien-Bataillone. Und diese Gruppe hat also diesen geografischen Namen, also Sibirien in ihrem Namen, und hat unter Umständen, rein theoretisch, genau dort, nämlich im Westen Sibiriens, östlich von Moskau, heute zugeschlagen, um eben ein russisches Transportflugzeug des Putin-Regimes abzuschießen.